Musik 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 Das ist für mich, wie wenn man von daheim ausgezogen ist und dann mal wieder eingeladen wird zur Familie zu gehen, zu den Eltern zu gehen so fühlt sich das an wenn ich hier darf sein das ist wirklich sehr fest nach Hause gekommen und ich habe mich fest gefreut heute Mittag hier zu sein und dass ihr mich eingeladen habt Debi hat es schon angekündigt, ich rede heute zum Thema Jesus ist dein Versteig und das Leben und als ich diese Predigt vorbereitet habe das war eine spezielle Zeit für mich Während ich hinter diesen Predigtext gegangen bin ist mein Vater im Operationssaal gelegen und man hat einen schweren Hirntumor, den er hat versucht zu operieren und ich wusste nicht ob er die Operation überlebt ob er auch noch reden kann liegt fest auch im Sprachzentrum und ob er sich noch bewegen kann und überhaupt was wir für einen Menschen dann wieder antreffen und ja, ihr könnt es euch vorstellen der Text von heute Morgen der ist mir mächtig unter die Haut gegangen währenddem, dass mein Vater im Operationssaal gelegen ist und ich lese euch vor Debi hat ihn euch schon gezeigt das ist Johannes 11, 25-26 Ich bin die Auferstehung und das Leben Wer mich annimmt, wird leben auch wenn er stirbt und wer lebt und sich auf mich verlässt wird niemals sterben in Ewigkeit nicht Das ist eines der Ich-Bin-Worte aus dem Johannes-Evangelium und der Verfasser des Evangeliums das war der Johannes einer von den zwölf Aposteln und somit ein Augenzeug vom Wirken von Jesus und er schreibt in seinem Evangelium vor allem von den langen Reden von Jesus es geht weniger um die Daten sondern mehr um das, was Jesus gesagt hat und der Höhepunkt von diesen langen Reden ist jeweils so ein Ich-Bin-Wort von Jesus das ist eine Selbst-Aussage von ihm wo er auf eine geheimnisvolle ich finde oft schwer verständliche Art und Weise sich als Gott offenbart und die langen Reden von Jesus werden immer mal wieder mit einem Wunder untermalen und das ist auch so beim Text von heute Morgen das Ich-Bin-Wort von Jesus Ich-Bit-U-Verstehung und das Leben ist eingebettet in die Geschichte rund um die Verweckung von Lazarus der Lazarus er war der Bruder von Maria und von Martha und der Lazarus war tot krank und die Maria und die Martha haben Jesus gekannt und haben gewusst er kann unseren Bruder heilen und wenn er nicht kommt und unser Bruder heilt dann wird er an seiner Krankheit sterben und so haben sie logisch Jesus gerufen um in die Betten zu kommen und ihren Bruder wieder gesund zu machen und Jesus hat sich Zeit gelassen er ist nicht los gesprungen und der Lazarus ist in dieser Zeit verstorben und die werden heute die Geschichte ein wenig vor einer ungewohnten Seite beleuchten und werden immer mal wieder fest auf Maria und Martha eingehen die zwei Frauen die faszinieren mich in der Art wie sie mit dem umgegangen sind zwar wenn ich die zwei wäre gewesen weil Jesus hat sich ja doch irgendwann doch noch auf den Weg gemacht und ist dort angekommen und ist vor diesen Schwesten gestanden und ich weiss nicht was hättest du gemacht in dieser Situation du hast Jesus hergerufen du hast gewusst er könnte die Brüte retten und er hat es nicht gemacht und jetzt taucht er plötzlich auf und steht vor dir ich ich habe mächtig ausgerufen von mir hat er ich glaube fest zu hören wie enttäuscht dass ich bin und ich fest in meinem Stich fühle und dass ich nicht verstehe warum er das nicht gemacht hat ich habe ja mitbekommen dass er anderen geholfen hat warum wir nicht und Maria und Martha die haben besonderlich reagiert ich möchte vorlesen was Martha zu Jesus gesagt hat sie gesagt Herr wenn du hier gewesen wärst hätte mein Bruder nicht sterben müssen aber ich weiss dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt und ein bisschen später sagt sie noch ja Herr ich glaube dass du der versprochene Retter bist der Sohn Gottes der in die Welt kommen soll Maria und Martha sind logisch mega enttäuscht gewesen dass Jesus Lazarus nicht geheilt hat aber sie haben an ihm festgehalten sie haben gesagt wir wissen du bist der Sohn von Gott du bist der Retter dieser Welt und alles ist dir möglich ich staune dass die weiter an Jesus festgehalten haben in dieser Situation mir kommt es vor als wäre ihr Glauben unzerstörbar gewesen der muss wirklich tief verankert gewesen sein dass sie in dem Moment fähig gewesen ihm so zu begegnen kannst du eine Folie weiterschalten Merci vielmal meinem Vater seit dem Tumor hat man operiert er hat die Operation überlebt aber man wird nie restlos alles entfernen er liegt am Hirnstamm und das ist schlichtweg nicht möglich den ganz rauszunehmen aber er hat mindestens ein paar Jahre gewonnen vielleicht mögt ihr euch noch erinnern früher habe ich ab und zu das mal geteilt und ihr habt auch fest gebetet für mich und für meine Schwester meine Schwester ist ja psychisch schwer krank und das ist sie noch immer und Ärzte sagen über sie dass sie früher oder später sterben wird dass sie das nicht überlebt und manchmal frage ich mich was passiert mit mir wenn mein Vater oder meine Schwester stirbt ich bete dort für ein Wunder und ich weiss Jesus kann es tun aber ich weiss nicht ob er es tut und was er tut und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben oder ich bin überzeugt ihr kennt es ihr betet und betet und habt das Gefühl eure Gebete die landen irgendwo in einer Zwischenwelt oder irgendwo ist ein Staubsauger und zieht ab bevor sie weiter können irgendwie landen die gefühlt nicht bei Gott sie bleiben einfach unbeantwortet meine allergrösste Angst ist das wenn meine Schwester oder mein Vater stirbt dass ich nicht wie Maria und Martha und dass irgendwie auch mein Glauben stirbt dass ich das nicht verkrafte die Enttäuschung dass er das zugelassen hat und dass er nicht so eingegriffen hat wie ich mir das wünsche und das was mir bleibt ist zu beten zu beten und daran festzuhalten und mir den Glauben nicht rauben lassen zu beten zu beten dass immer darf ein kleiner Funke Hoffnung und Glauben bleiben egal was passiert weil ich glaube dass solange ein kleiner Funke bleibt kann Jesus auch wieder auf erwecken kann unser Glauben auch wieder zu neuem Leben auf erstehen und darum glaube ich auch die Geschichte vom Lazarus kannst du noch die nächste Folie geben danke kann die Geschichte vom Lazarus ohne Illustration dafür sein was Jesus in unserem Leben ganz persönlich möchte ich glaube er möchte es immer mal wieder ganz auf uns zugestimmt auf Erweckungserlebnis schenken dass dort wo uns hoffnungslos vorkommen dort wo wir beten und beten und beten und beten und das Gefühl haben wir rennen gegen eine Wange und dort wo wir uns alleine und im Stich fühlen und vielleicht manchmal sogar das Gefühl haben Jesus hat uns vergessen oder vielleicht kommt er irgendwann aber zu spät so wie bei Maria und bei Martha dass wir dort dürfen neu Mut bekommen neue Glauben und neue Hoffnung das neues Leben darf in unser Glauben reinkommen so wie beim Lazarus das wieder auferweckt worden ist manchmal lässt Jesus zu dass wir enttäuscht sind von ihm manchmal lässt er zu dass es uns nicht gut geht und dass wir durch den Tunnel laufen und das Gefühl haben dieses Mal gibt es anscheinend kein Ende dieser Tunnel wird nie zu Ende gehen manchmal schlägt er zu dass wir Schmerzen leiden und es uns nicht gut geht und da hilft es mir zu wissen dass ja selbst er das erlebt hat dass selbst Gott zugelassen hat dass er hat leiden dass sein Sohn hat Schmerzen und unendliche Traur kennt obwohl er über ihn gesagt hat du bist mein Sohn dir gilt meine Liebe dich habe ich erwählt obwohl Gott Jesus über alles liebt und er sagt du bist mein Sohn du bist der aus der Welt trotzdem hat er zugelassen dass Jesus durch eine sehr schmerzvolle Zeit hat müssen wir sind ja noch nicht weit entfernt vor Karwoche wo wir uns daran erinnert haben was Jesus am Kreuz für uns hat getan und mir hilft es manchmal mir vor Augen zu führen wie es Jesus in dieser Zeit gegangen ist Einer von seinen letzten Sätzen war ja mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen selbst Jesus ist in seinem Leben irgendwann an Punkt gekommen wo er hat gedacht ich glaube Gott hat mich im Stich gelassen so wie es Maria und Martha gekannt haben die beteten und gehofft dass Jesus kommt und er ist nicht gekommen oder zu spät gekommen und wie wir es ja vielleicht auch kennen dass wir hoffen und glauben und warten und irgendwann trifft das ein wo wir so Angst davor hatten und dann kann man sich so fühlen dass man betet mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen der Hans-Peter Reuer hat etwas ganz schönes gesagt er hat gesagt manchmal beruhigt Gott den Sturm aber manchmal lässt Gott den Sturm wüten und beruhigt sein Kind wenn es so richtig stürmt in unserem Leben dann dann ist es Jesus möglich in den Beistang zu sein den wir brauchen wo er weiss wie es sich anfühlt zu hudeln und zu fetzen ihm geht wo er weiss was es heisst zu leiden und er weiss was es heisst sich im Stich gelassen zu fühlen und darum ist es so wichtig dass wenn wir uns so fühlen dass wir uns an ihn wenden er kann uns verstehen und er weiss was man in so einem Moment braucht Jesus würde uns nie im Stich lassen noch wenn wir das manchmal fühlen und das muss ich mir immer wieder sagen eine Frau muss sich das sowieso sehr oft sagen dass das was wir fühlen und das was wirklich ist oft nicht das Gleiche ist und noch wenn ich mich im Stich fühlen heisst das noch lange nicht dass ich es bin und noch wenn ich das Gefühl habe Gott hat mich vergessen heisst das noch lange nicht dass er es wirklich hat manchmal warten wir auf ein Wunder und es stirbt in der Zwischenzeit etwas ab so wie der Lazarus gestorben ist manchmal warten wir so lange dass etwas kaputt geht in der Zeit in der wir warten aber Jesus ist es möglich irgendwann zu kommen und das zu neuem Leben aufzuwecken Maria und Martha haben ja alles gelobt aber sie haben sich nicht vorstellen können sie haben sich nicht mal ausgemalt dass Jesus das möglich ist und er ist gekommen und hat der Lazarus zu neuem Leben auferweckt wir dürfen nicht aufgeben zu beten und zu hoffen dass irgendwann eine neue Zeit anbricht dass irgendwann ein neues Leben hineinkommt die Operation die Operation von meinem Vater die ist sehr gut gegangen aber ich habe es angetönt sterbe als im Tumor wird er irgendwann es ist die Frage wie lange wie fest dass er sich jetzt still hat oder gerade wieder wüten dass er nicht an diesem stirbt braucht es ein Wunder weil medizinisch kann man nicht mehr viel mehr tun ich habe es immer mal wieder ein bisschen abschneiden und hoffe dass er sich mit dem wieder ein bisschen ruhig hat mit der Schwester geht es im Moment ein bisschen besser aber das geht es ihr immer mal wieder und immer mal wieder geht es ihr sehr schlimm und sehr schlecht und weiss ich nie wenn das Telefon ruft und sie vielleicht nicht mehr lebt und das kann einem dazu führen dass man ihn nicht mehr und das einem zu glauben und zu hoffen schwerfällt und ich denke die meisten von euch sind in einem Hauskreis und mindst jedes von euch hier ist Teil dieser Gemeinde und wenn wir durch solche Zeiten gehen ist die Gemeinschaft hier so wichtig teilen 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 das was ihr nicht mehr selber tragen teilen teilen wo ihr das Gefühl habt ich renne gegen eine Wange an es passiert einfach nichts teilen das miteinander betet betet steh steh in den Riss und gebt mal den Rucksack der vielleicht manchmal so schwer werden jemand anderem dass die einen für euch tragen weil die haben noch Kraft die tragen noch nicht so lange wie dir und kommen schnell zum durchschnaufen und nehmen ihn erst dann wieder und geht weiter ich möchte beten Herr ich bitte dich darum dass die Last die uns manchmal das Leben bringt dass die uns nicht erdrückt dass wir immer werden weitergehen können dass die Kraft unseren Beinen nie ausgeht lass nicht zu dass wir bleiben stehen und dass uns vor dem was schwer ist erdrücken Herr ich bitte dich darum dass du unser Leben neu aufwächst dass du unser Glauben neu aufwächst und dass wir erleben wie es Maria und Martha erlebt haben du hast uns nicht vergessen du lässt uns nie im Stich und du hast grösses für uns bereit als wir uns je ausmalen und ich bitte dich darum dass alle die schon so lange warten dass sie das nicht heute zu hören zu bekommen dass du da bist und dass du es nicht vergessen hast hast weil das brauchen wir immer wieder neu gerade dann wenn wir dich nicht sehen und gerade dann wenn wir dich nur vom gehören sagen können dann brauchen wir es dass du uns berührst und uns mit ihrer Liebe erfüllst sodass wir wieder neu glauben und hoffen danke dass du uns nie im Stich lässt danke dass du alles hast gegeben für uns weil wir dir das kostbarste sind und lass uns das auch immer wieder erfahren wie wichtig wir dir sind danke Amen die Predigt heute die ist für alle die die im Tunnel sind und die sich nach einem Ende sehnen und es nicht sehen und in der Vorbereitung auf die Predigt bin ich einem Lied begegnet wo diese Gefühle finde ich sehr schön zum Ausdruck bringt und ich möchte euch das Lied jetzt ablassen es ist übersetzt von mir und ich rede Schuenglisch und es ist nicht perfekt aber ich glaube ihr werdet das Message von diesem Lied verstehen das geht mit bis 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 von bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der unbegreifliche Gott erfülle dein Leben mit seiner Kraft, dass du entbehren kannst, ohne hart zu werden, dass du leiden kannst, ohne zu zerbrechen, dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne dich aufzugeben, dass du schuldig werden kannst, ohne dich zu verachten, dass du mit unbeantwortetem Leben kannst, ohne die Hoffnung preis zu geben. Die Festgeschichte segnet für den unsterblichen Glauben. Amen.